Als reiner Geweihter Krishnas war König Pariksit bereits befreit. Doch weil er einige Unklarheiten beseitigen wollte, stellte er Shugadev Goswami eine Reihe Fragen. Im vorangegangenen Kapitel hatte König Pariksit gefragt, was ist das endgültige Ziel der Weden? Und Shugadev Goswami antwortete ihm, indem er die autoritativen Erklärungen der Schülernachfolge vortrug, die von Sanandana ausging und über Narayan Rishi, Narada und Vyasadev bis zu ihm selbst herabreichte. Die Schlussfolgerung lautete, dass hingebungsvoller Dienst, Bhakti, das endgültige Ziel der Weden ist. Ein neuer Gottgeweihter könnte nun fragen, wenn es das höchste Lebensziel und die Schlussfolgerung der Weden ist, dass man sich auf die Ebene des hingebungsvollen Dienstes erhebt, wie kommt es dann, dass ein Geweihter Shri Vishnus meist materiell nicht besonders wohlhabend ist, wohingegen ein Geweihter Shivas in der Regel ziemlich reich ist? Um diesen Punkt zu erklären, fragte Maharaj Pariksit Shugadev Goswami. Mein lieber Shugadev Goswami, für gewöhnlich kann man sehen, dass diejenigen, die Shiva verehren, seien es Menschen, Dämonen oder Halbgötter, materiell sehr wohlhabend sind, obwohl Shiva selbst in Armut lebt. Auf der anderen Seite scheinen die geweihten Shri Vishnus, des Herrn der Glücksgöttin, nie sehr reich zu sein, und manchmal sieht man sogar, dass sie überhaupt keinen Reichtum besitzen. Shiva lebt unter einem Baum oder im Schnee des Himalaya, erbaut sich nicht einmal ein Haus, und dennoch sind die Verehrer Shivas sehr reich. Krishna, Shri Vishnu dagegen, lebt sowohl in Vaikuntha als auch in der materiellen Welt in aller Pracht. Und trotzdem scheinen seine Geweihten in Armut zu leben. Warum ist dies so? Maharaj Pariksits Frage ist sehr intelligent. Die geweihten Shivas und die geweihten Vishnus sind stets uneinig. Selbst heute noch kritisieren sich in Indien diese beiden Arten von Geweihten, und vor allem in Südindien halten die Anhänger Ramanuchacharyas und die Anhänger Shankacharyas hin und wieder Versammlungen ab, bei denen sie die vedischen Schlussfolgerungen erörtern. Die Anhänger Ramanuchacharyas gehen in der Regel aus solchen Begegnungen siegreich hervor. Daher stellte Maharaj Pariksit nun diese Frage an Shugadev Goswami, um zu erfahren, wie der ganze Sachverhalt zu verstehen sei. Die Tatsache, dass Shiva in Armut lebt, während seine Geweihten stets über großen Reichtum verfügen, und dass Shri Krishna oder Shri Vishnu unvorstellbar reich ist, während seine Geweihten in Armut leben, muss den Außenstehenden widersprüchlich und verwunderlich erscheinen. Um König Pariksits Fragen nach diesen scheinbaren Widersprüchen zu beantworten, begann Shugadev Goswami sogleich mit seinen Erklärungen. Shiva ist der Herr über die materielle Energie. Die materielle Energie wird von der Göttin Durga verkörpert, und sie ist die Gemahlin Shivas. Die Göttin Durga befindet sich völlig unter Shivas Kontrolle. Und deshalb ist Shiva der Herr der materiellen Energie. Die materielle Energie manifestiert sich in drei Erscheinungsweisen, nämlich Tugend, Leidenschaft und Unwissenheit. Und somit ist Shiva der Herr über diese drei Erscheinungsweisen. Abgleich sich Shiva zum Wohl der bedingten Lebewesen mit den materiellen Erscheinungsweisen befasst, bleibt er ihr Lenker und wird nicht von ihnen beeinflusst. Die bedingte Seele wird von den drei Erscheinungsweisen beherrscht. Doch weil Shiva ihr Meister ist, gerät er niemals unter ihren Einfluss. Aus den Erklärungen Shugadev Goswamis geht hervor, dass die Ergebnisse der Verehrung verschiedener Halbgötter nicht, wie es von einigen unintelligenten Menschen behauptet wird, die gleichen sind wie die der Verehrung Sri Vishnus. Er sagt ganz deutlich, dass man durch die Verehrung Shiva's einen anderen Gewinn erhält, als durch die Verehrung Sri Vishnus. Das Gleiche wird von der Bhagavad-Gita bestätigt. Diejenigen, die die Halbgötter verehren, bekommen ihren Wünschen entsprechend das, was die jeweiligen Halbgötter gewähren können. Ebenso erhalten diejenigen, die die materielle Energie oder die Pitas verehren, ein dementsprechendes Ergebnis. Aber diejenigen, die sich im hingebungsvollen Dienst beschäftigen und den höchsten Herrn, Vishnu oder Krishna verehren, gelangen auf die Vaikuntha-Planeten oder nach Krishna-Loka. Man kann dem transzendentalen Bereich, den Paravyoma oder spirituellen Himmel nicht näher kommen, indem man Shiva, Brahma oder irgendeinen anderen Halbgott verehrt. Weil die materielle Welt ein Erzeugnis der drei Eigenschaften der materiellen Natur ist, sind all die vielfältigen Manifestationen aus diesen drei Eigenschaften entstanden. Mithilfe der materialistischen Wissenschaft hat die moderne Zivilisation viele Maschinen und Annehmlichkeiten geschaffen. Doch auch diese Errungenschaften sind nichts anderes als verschiedene Erzeugnisse, die aus den Wechselwirkungen der materiellen Erscheinungsweisen entstanden sind. Obwohl die geweihten Shivas oft viele materielle Güter bekommen, sollten wir doch bedenken, dass sie nur Erzeugnisse ansammeln, die von den drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur hervorgebracht wurden. Die drei Erscheinungsweisen unterteilen sich wiederum 16-fach, nämlich in die 10 Sinne, die 5 Arbeitssinne und die 5 wissenserwerbenden Sinne, den Geist und die 5 grobstofflichen Elemente Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther. Diese 16 Elemente sind einfach nur weitere Ausdehnungen der drei Erscheinungsweisen. Materielles Glück oder materieller Wohlstand bezieht sich auf die Möglichkeiten, die Sinne zu befriedigen, insbesondere die Genitalien, die Zunge und den Geist. Mithilfe unseres Geistes schaffen wir viele Annehmlichkeiten, die ausschließlich für den Genuss der Genitalien und der Zunge bestimmt sind. Der Reichtum eines Menschen in der materiellen Welt wird daran gemessen, inwieweit er von seinen Genitalien und seiner Zunge Gebrauch machen kann oder, mit anderen Worten, wie gut er es vermag, seinen Geschlechtstrieb auszuschöpfen und seinen verwöhnten Gaumen mit köstlichen Speisen zu befriedigen. Zum materiellen Fortschritt der Zivilisation gehört unbedingt, dass man alle möglichen genussvollen Dinge erfindet, die einen auf der Grundlage dieser beiden Prinzipien glücklich machen sollen. Freuden für die Genitalien und Freuden für die Zunge. Dies war also Shugadev Goswamis Antwort auf König Parikshit's Frage, weshalb die Verehrer Shivas so reich sind. Die Geweihten Shivas sind nur in Bezug auf materielle Eigenschaften reich. Im Grunde ist solch sogenannter Fortschritt der Zivilisation nur die Ursache weiterer Verstrickung ins materielle Dasein. Es ist kein wirklicher Fortschritt, sondern Erniedrigung. Zusammenfassend kann man also sagen, dass Shiva der Meister der drei Erscheinungsweisen ist und dass deshalb seine Geweihten für die Befriedigung ihrer Sinne nur Güter bekommen, die durch die Wechselwirkung dieser Erscheinungsweisen geschaffen wurden. Shri Krishna jedoch gibt uns in der Bhagavad-Gita die Anweisung, das von den drei Erscheinungsweisen beeinflusste Dasein zu transzendieren. Es ist die Bestimmung des menschlichen Lebens, dass man transzendental zu den drei Erscheinungsweisen wird. Solange man nicht Nistraygunjaha ist, kann man nicht von der materiellen Verstrickung freikommen. Mit anderen Worten, die Segnungen Shivas sind in Wirklichkeit für die bedingten Seelen nicht von Nutzen, obwohl sie scheinbar zu großem Reichtum führen. Shugadev Goswami fuhr fort. Die höchste Persönlichkeit Gottes, Hari, ist transzendental zu den drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur. In der Bhagavad-Gita wird gesagt, dass jeder, der sich ihm ergibt, dem Einfluss dieser drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur entkommt. Und wenn schon die geweihten Haris transzendental zum Einfluss der materiellen Erscheinungsweisen sind, dann ist auch Hari selbst zweifellos transzendental zu den Erscheinungsweisen. Im Srimad Bhagavatam heißt es deshalb, dass Hari, das heißt Krishna, die ursprüngliche und höchste Persönlichkeit ist. Es gibt zwei Arten von Prakritis oder Energien, nämlich die innere und die äußere Energie. Und Krishna ist der Herr von beiden. Er ist Savadrik, das heißt, er wacht über alle Tätigkeiten der inneren und der äußeren Energie. Und er ist auch der Upadrashtra, der höchste Ratgeber. Weil er der höchste Ratgeber ist, steht er über allen Halbgöttern, die lediglich seinen Befehlen folgen. Wenn man deshalb direkt den Anweisungen des höchsten Herrn folgt, wie sie in der Bhagavad Gita und dem Srimad Bhagavatam enthalten sind, wird man allmählich Nirguna, das heißt, transzendental zu den Wechselwirkungen der materiellen Erscheinungsweisen. Nirguna zu sein bedeutet, keine materiellen Reichtümer zu besitzen. Denn materieller Reichtum bedeutet, wie bereits erklärt wurde, eine Vergrößerung der Aktionen und Reaktionen der drei materiellen Erscheinungsweisen. Wenn wir jedoch die höchste Persönlichkeit Gottes verehren, werden wir nicht wegen irgendwelcher materiellen Reichtümer eingebildet, sondern wir machen spirituellen Fortschritt und erlangen Krishna-bewusstes Wissen. Nirguna zu werden bedeutet, ewigen Frieden, Furchtlosigkeit, Religiosität, Wissen und Entsagung zu erreichen. All dies sind Merkmale der Befreiung von der Verunreinigung, die durch die materiellen Erscheinungsweisen verursacht wird. Als Antwort auf Pariksit Maharajs Frage sprach Sugadev Goswami als nächstes über eine historische Begebenheit, die mit Maharaj Pariksits Großvater, König Judishtier, zusammenhing. Er sagte, dass König Judishtier, nachdem er das Ashwameda-Opfer beendet hatte, an der großen Opferstätte in Gegenwart bedeutender Autoritäten die gleiche Frage stellte, wie später sein Enkel. Wie es nämlich komme, dass die geweihten Shivas materiell wohlhabend seien, die geweihten Vishnus dagegen nicht. Sugadev Goswami bezeichnete dabei König Judishtier als dein Großvater, um Maharaj Pariksit daran zu erinnern, dass er mit Krishna verwandt sei und dass seine Großväter eine enge Beziehung zur höchsten Persönlichkeit Gottes hatten. Krishna ist bereits von Natur aus stets zufrieden. Doch als er Maharaj Judishtiers Frage hörte, wurde er noch zufriedener. Denn Fragen solcher Art und die Antworten darauf sind für die gesamte Krishna-bewusste Gesellschaft von großer Bedeutung. Immer wenn Sri Krishna mit seinem Geweihten über etwas spricht, sind seine Worte nicht nur für den betreffenden Geweihten bestimmt, sondern für die gesamte Menschheit. Die Unterweisungen der höchsten Persönlichkeit Gottes sind selbst für die Halbgötter einschließlich ihrer Anführer Brahma und Shiva von großem Wert. Und jemand, der die Unterweisungen der höchsten Persönlichkeit Gottes, der zum Wohl aller Lebewesen in die materielle Welt herabsteigt, nicht nutzt, ist zweifellos sehr zu bedauern. Sri Krishna beantwortete Maharaj Judishtiers Frage wie folgt. Wenn ich einem Geweihten sehr günstig gesinnt bin und ihm ganz besonders helfen möchte, nehme ich ihm als erstes allen Reichtum fort. Wenn der Gottgeweihte dann bettelarm wird oder zumindest in verhältnismäßig große Armut gerät, verlieren seine Verwandten und Familienangehörigen das Interesse an ihm und in den meisten Fällen geben sie ihre Beziehung zu ihm gänzlich auf. Auf diese Weise wird der Gottgeweihte doppelt unglücklich. Zuerst einmal wird er unglücklich, weil ihm von Krishna aller Reichtum genommen wurde und dann wird er noch unglücklicher, weil ihn die Verwandten seiner Armut wegen im Stich lassen. Wenn ein Gottgeweihte auf diese Weise in Not gerät, müssen wir uns im Klaren sein, dass dies nicht auf seine sündhaften Tätigkeiten, die Karma Falla zurückzuführen ist, vielmehr wird die Armut des Gottgeweihten von der Persönlichkeit Gottes selbst geschaffen. Ebenso ist es nicht auf die frommen Tätigkeiten der Gottgeweihten zurückzuführen, wenn er materiell reich wird. Ob ein Gottgeweihter ärmer oder reicher wird, immer geschieht es durch die Führung der höchsten Persönlichkeit Gottes. Krishna schafft solche Situationen für seinen Geweihten, um ihn völlig von sich abhängig und ihn von allen materiellen Pflichten zu befreien. Dann kann der Gottgeweihte seine Energien, seinen Geist und seinen Körper alles dem Dienst des Herrn widmen. Und dies wird reiner hingebungsvoller Dienst genannt. Das Narada Pancharatra erklärte deshalb, dass der Gottgeweihte Savupadi Vinir Muktam von allen Bezeichnungen befreit ist. Alles, was man für die Familie, die Gesellschaft, die Gemeinschaft, die Heimat oder die Menschheit tut, ist mit Bezeichnungen verbunden, wie ich gehöre zu dieser Gesellschaft, ich gehöre zu dieser Gemeinschaft, ich gehöre zu dieser Nation oder ich gehöre zu dieser Lebensform. Solche Selbstidentifizierungen sind jedoch nichts anderes als äußerliche Bezeichnungen. Wenn sich ein Gottgeweihter durch die Gnade des Herrn von allen Bezeichnungen befreit, wird sein hingebungsvoller Dienst tatsächlich Naishkarma. Die Gyanis fühlen sich sehr zur Stufe des Naishkarma hingezogen, auf der die Tätigkeiten, die man ausführt, keine materiellen Folgen erzeugen. Wenn die Tätigkeiten eines Gottgeweihten von allen materiellen Reaktionen frei sind, gehören sie nicht mehr zur Kategorie des Karmaphalam der fruchtbringenden Tätigkeiten. Wie von den Veden in Person bereits erklärt wurde, werden das Glück und Leid des Gottgeweihten von der höchsten Persönlichkeit Gottes für ihn geschaffen und deshalb ist es dem Gottgeweihten gleichgültig, ob er sich in Glück oder Leid befindet. Er erfüllt einfach weiter seine Pflichten im hingebungsvollen Dienst. Und obwohl seine Tätigkeiten scheinbar den Aktionen und Reaktionen fruchtbringender Tätigkeiten unterworfen sind, ist der Gottgeweihte in Wirklichkeit davon befreit. Aber warum wird ein Gottgeweihter überhaupt von der höchsten Persönlichkeit Gottes in Schwierigkeiten gebracht? Die Antwort ist, dass man dieses Verhalten des Herrn mit dem eines Vaters vergleichen kann, der sich seinen Söhnen gegenüber manchmal streng zeigt. Der Gottgeweihte ist eine hingegebene Seele. Und der höchste Herr hat sich seiner persönlich angenommen. Wenn der Gottgeweihte deshalb in bestimmte Lebensumstände versetzt wird, seien sie nun glücklich oder leidvoll, muss man verstehen, dass hinter jeder Fügung der große Plan der Persönlichkeit Gottes steht. So ließ Shri Krishna zum Beispiel die Pandavas in solche Not geraten, dass selbst Großvater Bhishma nicht begriff, wie dies geschehen konnte. Er klagte, dass die Pandava-Familie all diese Nöte ertragen müsse, obwohl sie von König Judishtier, dem frömmsten König und von den beiden mächtigen Kriegern Bhima und Arjuna beschützt werde. Und obwohl die Pandavas darüber hinaus enge Freunde und sein. Später jedoch stellte sich heraus, dass dies alles ein Plan der höchsten Persönlichkeit Gottes, Krishna, gewesen war, nämlich als Teil seiner großen Mission, die Gottlosen zu vernichten und die Gottgeweihten zu beschützen. An dieser Stelle könnte sich eine weitere Frage erheben. Worin besteht der Unterschied, wenn ein Gottgeweihter durch den Willen der höchsten Persönlichkeit Gottes in glückliche beziehungsweise unglückliche Situationen versetzt wird und wenn ein gewöhnlicher Mensch als Ergebnis seiner früheren Tätigkeiten in solche Lebensumstände gerät. In welchem Sinne befindet sich der Gottgeweihte in einer besseren Lage als der gewöhnliche Karmi? Die Antwort lautet die Karmi und die Gottgeweihten niemals auf der gleichen Ebene befinden. Ganz gleich in welcher Lebenslage sich der Karmi befindet, er bleibt in jedem Fall dem Kreislauf von Geburt und Tod unterworfen, da der Same des Karma der fruchtbringenden Tätigkeiten in ihm liegt und keimt, sobald sich die Gelegenheit durch das Gesetz des Karma ist der gewöhnliche Mensch fortgesetzt an wiederholte Geburten und Tode gefesselt, wohingegen das Glück und Leid eines Gottgeweihten, das nicht dem Gesetz des Karmas untersteht, Teil einer zeitweiligen Fügung der höchsten Persönlichkeit Gottes ist, die den Gottgeweihten nicht fesselt. Solche zeitweiligen Fügungen lässt der Herr nur für einen ganz bestimmten Zweck geschehen. Wenn ein Karmi segensreiche Werke vollbringt, wird er zu den himmlischen Planeten erhoben und wenn er gottlos handelt, wird er in höllische Lebensumstände versetzt. Doch ob ein Gottgeweihter auf scheinbar fromme oder unfromme Weise handelt, er wird nicht erhoben und fällt auch nicht, sondern er gelangt in das spirituelle Königreich. Deshalb befinden sich das Glück und Leid eines Gottgeweihten und das eines Karmi nicht auf der gleichen Ebene. Diese Tatsache wird auch in den Unterweisungen Yamarajas bestätigt, die er einst seinen Dienern im Zusammenhang mit der Befreiung der Befreiung Adjamils erteilte. Dabei trug Yamaraj seinen Schergen auf, alle Menschen zu ergreifen, die niemals den heiligen Namen des Herrn ausgesprochen und auch niemals an die Gestalt, die Eigenschaften und die Spiele des Herrn gedacht haben. Gleichzeitig gab Yamaraj seinen Dienern auch die Anweisung, niemals die Gottgeweihten zu bedrohen. Darüber hinaus befahl er ihnen, jedem Gottgeweihten, dem sie begegneten, ihre achtungsvollen Ehrerbietungen darzubringen. Es steht also außer Frage, dass ein Gottgeweihter innerhalb der materiellen Welt erhoben wird oder herabfällt. Ebenso wie ein himmelweiter Unterschied besteht, ob man von der Mutter oder von einem Feind bestraft wird, so ist auch die Notlage eines Gottgeweihten etwas völlig anderes als die eines gewöhnlichen Karmi. Eine weitere Frage, die man stellen könnte, lautet Wenn Gott allmächtig ist, warum sollte er dann versuchen, seinen Geweihten zu bessern, indem er ihn in Schwierigkeiten bringt? Die Antwort darauf lautet, dass es nicht ohne Absicht geschieht, wenn der höchste Herr seinen Geweihten in eine schwierige Situation bringt. Manchmal besteht der Grund darin, dass sich bei einem Gottgeweihten, der in eine Notlage gerät, die Gefühle der Anhaftung an Krishna noch mehr steigern. Als Krishna zum Beispiel einmal die Hauptstadt der Pandavas verlassen wollte und seine Angehörigen um die Erlaubnis bat, nach Hause zurückzukehren, sagte Kuntidevi, Mein lieber Krishna, wenn wir uns in Not befinden, weilst du stets bei uns. Nun aber, wo wir zu Königswürden gelangt sind, verlässt du uns. Deshalb würde ich lieber weiterhin in Not leben, als dich verlieren. Wenn ein Gottgeweihter in Not gerät, steigern sich seine Bemühungen in hingebungsvollen Dienst. Deshalb versetzt der Herr seinen Geweihten manchmal in Not, um ihm eine besondere Gunst zu erweisen. Außerdem ist, wie man sagt, die Süße des Glücks süßer für diejenigen, die Bitterkeit gekostet haben. Der höchste Herr kommt in die materielle Welt herab, nur um seine Geweihten aus Notlagen zu erretten. Mit anderen Worten, der Herr müsste nicht erscheinen, wenn sich seine Geweihten nicht in Not befinden. Was die Vernichtung der Dämonen und Atheisten betrifft, so kann dies ohne weiteres von seinen vielfachen Energien erledigt werden. Zum Beispiel werden die Asuras durch die äußere Energie, die Göttin Durga, getötet. Der Herr braucht also nicht persönlich zu erscheinen, um die Dämonen zu töten. Er fühlt sich jedoch verpflichtet zu kommen, wenn sein Geweihter in Not ist. Schrine Singadev erschien nicht, um Hiranya Kashipu zu töten, sondern um Pralat zu sehen und ihn zu segnen. Der Herr erschien also, weil sich Pralat Maharaj in Not befand. Wenn nach der finsteren Nacht schließlich am Morgen die Sonne aufgeht, ist dies sehr angenehm. Bei sengender Hitze empfindet man kaltes Wasser als sehr wohltuend und in der eisigen Kälte des Winters freut man sich über warmes Wasser. Wenn ein Gottgeweihter auf diese Weise die Bedingungen der materiellen Welt erfahren hat und dann die spirituelle Glückseligkeit kostet, die ihm der Herr schenkt, wird sein Dasein noch glückseliger und freudvoller. Der Herr fuhr fort, wenn mein Geweihter aller materiellen Güter beraubt ist und wenn ihn seine Verwandten, Freunde und Familienangehörigen verlassen haben, sucht er rückhaltlos bei den Lotusfüßen des Herrn Zuflucht, da er niemanden sonst hat, der sich seiner annimmt. Srila Narutandas Thakur sagt deshalb in einem seiner Lieder »Mein lieber Krishna, O So Nanda Maharajas, nun bist du zusammen mit Srimati Radharani, der Tochter König Frischabanus vor mir erschienen. Ich gebe mich dir hin. Bitte nimm dich meiner an. Bitte stoße mich nicht von dir. Ich habe keine andere Zuflucht als dich. Wenn ein Gottgeweihter in scheinbar beklagenswerte Umstände gerät und ohne Familie und materiellen Reichtum dasteht, versucht er zunächst seinen früheren materiellen Wohlstand wieder zu erlangen. Doch obwohl er es immer wieder versucht, nimmt ihm Krishna seinen Besitz immer wieder weg. So wird der Gottgeweihte schließlich all seiner materiellen Bemühungen müde. Und auf dieser Stufe der Enttäuschung, nachdem er in materieller Hinsicht versagt hat, kann er sich der höchsten Persönlichkeit Gottes vollkommen hingeben. Solchen Menschen gibt der Herr von innen her den Rat, die Gemeinschaft von Gottgeweihten aufzusuchen. Wenn sie dann mit Gottgeweihten zusammen sind, entwickeln sie ganz von selbst die Neigung, dem höchsten Herrn zu dienen und bekommen sogleich von ihm alle Möglichkeiten, im Krishna Bewusstsein Fortschritte zu machen. Die Nicht-Gottgeweihten dagegen sind sehr darauf bedacht, ihren materiellen Lebensstandard aufrecht zu erhalten. Für gewöhnlich kommen sie nicht zu dem Punkt, wo sie die höchste Persönlichkeit Gottes verehren, sondern sie verehren Shiva und andere Halbgötter, um sich schnell materiellen Gewinn zu verschaffen. In der Bhagavad Gita wird deshalb gesagt, die Karmis verehren die verschiedenen Halbgötter, um in der materiellen Welt zu Erfolg zu gelangen. Shri Krishna sagt auch, dass diejenigen, die die Halbgötter verehren, keine reife Intelligenz besitzen. Deshalb begehen die gottgeweihten Krishnas aufgrund ihrer starken Zuneigung zu ihm, nicht den törichten Fehler, die Halbgötter zu verehren. Shri Krishna sagte weiter zu König Judishtier, mein Geweihter lässt sich durch widrige Lebensumstände nicht beirren, und er bleibt immer fest und stetig. Daher schenke ich ihm mich selbst, und ich erweise ihm meine Gunst, sodass er den höchsten Erfolg im Leben erreichen kann. Die Gnade, die die höchste Persönlichkeit Gottes, dem Gott Geweihten, der sich in dieser Prüfung bewährt hat, erweist, wird als Brahman beschrieben, was darauf hinweist, dass die Größe dieser Gnade nur mit der Größe des alldurchdringenden Brahmans verglichen werden kann. Brahman bedeutet grenzenlos groß und sich grenzenlos ausdehnend. Krishnas Barmherzigkeit wird auch als Parama beschrieben, denn sie kann mit nichts in der materiellen Welt verglichen werden. Und manchmal wird sie auch als Sukhshmam bezeichnet, was höchst vortrefflich bedeutet. Die Barmherzigkeit des Herrn gegenüber dem bewährten Gottgeweihten ist nämlich nicht nur groß und dehnt sich grenzenlos aus, sondern sie ist auch von der vortrefflichsten transzendentalen Liebe durchdrungen, die der Gottgeweihte und der Herr füreinander empfinden. Diese Barmherzigkeit wird weiter als Chinn Matram völlig spirituell bezeichnet. Das Wort Matram bezieht sich auf etwas absolut Spirituelles, das nicht von der geringsten Spur materieller Eigenschaften verunreinigt ist. Krishnas Barmherzigkeit wird auch als Sat ewig und Anantakam unbegrenzt bezeichnet. Warum sollte der Geweihte, dem ein solch grenzenloser spiritueller Segen zuteil wird, noch die Halbgötter verehren? Ein Gottgeweihter Krishnas verehrt weder Shiva noch Brahma noch irgendeinen anderen untergeordneten Halbgott. Er weiht sich ganz dem transzendentalen liebevollen Dienst der höchsten Persönlichkeit Gottes. Shukadev Goswami fuhr fort. Die Halbgötter wie Indra, Chandra, Varuna und andere, die von Brahma und Shiva angeführt werden, neigen dazu, sehr schnell Wohlgefallen zu zeigen, wenn sie von ihren Geweihten verehrt werden, und sehr schnell zornig zu werden, wenn diese Fehler begehen. Aber bei der höchsten Persönlichkeit Gottes, Vishnu, ist dies nicht der Fall. Dies bedeutet, dass jedes Lebewesen in der materiellen Welt, einschließlich der Halbgötter, von den drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur gelenkt wird, und deshalb herrschen in der materiellen Welt die Erscheinungsweisen der Unwissenheit und Leidenschaft vor. Diejenigen, die die Halbgötter verehren und nach ihren Segnungen streben, sind ebenfalls von den materiellen Erscheinungsweisen verunreinigt, vor allem von Leidenschaft und Unwissenheit. Shri Krishna erklärt deshalb in der Bhagavad-Gita, dass es nicht besonders klug ist, die Halbgötter um Segnungen zu bitten, denn die Ergebnisse solcher Segnungen sind vergänglich. Es ist ein leichtes, durch die Verehrung der Halbgötter zu materiellem Reichtum zu gelangen, doch die Folgen sind oftmals verhängnisvoll. Deshalb werden die Segnungen der Halbgötter nur von unintelligenten Menschen geschätzt. Diejenigen, die Segnungen von den Halbgöttern empfangen, werden mit der Zeit stolz auf ihren materiellen Reichtum und missachten ihre Gönner. Shukadev Goswami erklärte König Pariksit, Mein lieber König, Brahma, Vishnu und Shiva, die drei führenden Persönlichkeiten der materiellen Schöpfung, können jeden segnen oder verdammen. Brahma und Shiva sind sehr leicht zufriedenzustellen, aber sie werden auch sehr schnell zornig. Wenn sie zufrieden sind, erteilen sie ohne viel Überlegungen ihre Segnungen und wenn sie in Zorn geraten, verfluchen sie ihren Geweihten ohne Überlegung. Shri Vishnu dagegen ist sehr bedachtsam. Wenn ein Gottgeweihter etwas von Shri Vishnu haben möchte, erwägt Shri Vishnu zuerst, ob die Segnung für seinen Geweihten wirklich gut ist. Shri Vishnu gewährt niemals eine Segnung, die sich letzten Endes für den Gottgeweihten als verhängnisvoll erweist. Er ist aufgrund seines transzendentalen Wesens stets voller Barmherzigkeit und deshalb überlegt er vor der Erteilung einer Segnung, ob diese für seinen Geweihten auch tatsächlich vorteilhaft ist. Weil der Herr, die höchste Persönlichkeit Gottes, immer Barmherzigkeit zeigt, ist sein Verhalten immer segensreich, selbst wenn er einen Dämon tötet oder wenn er auf einen Gottgeweihten scheinbar zornig wird. Krishna wird deshalb als absolut gut bezeichnet. Alles, was er tut, ist gut. Was die Segnungen der Halbgötter wie Shiva betrifft, so gibt es in diesem Zusammenhang eine historische Begebenheit, von der die großen Weisen berichten. Es geschah einmal, dass Shiva, nachdem er dem Dämon Vrikashura, dem Sohn Sharkunis, eine Segnung erteilt hatte, selbst in eine äußerst gefahrvolle Lage geriet. Vrikashura trachtete nach einer ganz bestimmten Segnung und deshalb versuchte er herauszufinden, welche der drei führenden Gottheiten er verehren müsse, damit sein Wunsch erfüllt werde. Eines Tages traf er den großen Weisen Narada und er fragte ihn, an wen er sich wenden solle, um so schnell wie möglich die Ergebnisse seiner Entsagung zu erhalten. Er fragte, welche der drei Gottheiten, Brahma, Vishnu und Shiva, ist am schnellsten zufriedenzustellen? Narada durchschaute die Absicht, des Dämons, und deshalb riet er ihm, das Beste ist, du verehrst Shiva, dann wirst du sehr schnell das ersehnte Ergebnis bekommen. Shiva ist sehr schnell zufrieden und wird auch sehr schnell zornig. Versuche also, Shivas Wohlgefallen zu erlangen. Narada führte auch Beispiele von Dämonen wie Ravana und Banasura an, die zu großem Reichtum kamen, einfach weil sie mit ihren Gebeten Shiva zufriedenstellten. Weil der große Weise das Wesen des Dämons Frikasura kannte, riet er ihm nicht, sich an Vishnu oder Brahma zu wenden, denn Menschen wie Frikasura, die sich in der materiellen Erscheinungsweise der Unwissenheit befinden, sind nicht in der Lage, sich der Verehrung Vishnus zu weihen. Nachdem der Dämon Frikasura Naradas Unterweisung vernommen hatte, begab er sich nach Kedanath. Dieser Pilgerort, der in der Nähe von Kaschmir liegt, existiert noch heute. Er ist fast immer von Schnee bedeckt. Doch einmal im Jahr, während des Monats Juli, ist es möglich, dort die Bildgestalt Shiva zu besuchen. Dann pilgern die Geweihten Shiva dorthin, um der Bildgestalt ihre Verehrung darzubringen. Kedanath ist nur für die Geweihten Shiva bestimmt. Die vedischen Prinzipien schreiben vor, dass man Speisen, die man einer Bildgestalt opfern will, in einem Feuer darbringen muss. Deshalb ist bei allen Opferzeremonien ein Opferfeuer notwendig. Wenn man den Halbgöttern Speisen opfern will, so weisen die Shastras besonders nachdrücklich darauf hin, dass dieses Opfer durch das Feuer geschehen muss. So begab sich der Dämon Frikasura nach Kedanath und entfachte dort ein Opferfeuer. um Shiva zu erfreuen. Als das zu Shiva's Verehrung bestimmte Feuer brannte, machte sich Frikasura daran, sein eigenes Fleisch zu opfern, indem er es aus seinem Körper schnitt. So wollte er Shiva's besonderes Wohlgefallen erwecken. Das ist ein Beispiel für Verehrung in der Erscheinungsweise der Unwissenheit. In der Bhagavad-Gita werden verschiedene Arten von Opfern aufgeführt. Einige befinden sich in der Erscheinungsweise der Tugend, andere in der Leidenschaft und wieder andere in der Erscheinungsweise der Unwissenheit. Es gibt verschiedene Arten der Tapasya und der Verehrung, weil es auf der Welt so viele verschiedene Arten von Menschen gibt. Doch die reinste Form der Tapasya, das Krishna-Bewusstsein, ist der höchste Yoga und das höchste Opfer. Wie in der Bhagavad-Gita bestätigt wird, besteht der höchste Yoga darin, ständig im Herzen an Shri Krishna zu denken und die höchste Form von Yagya ist der Sankhetan Yagya. In der Bhagavad-Gita wird gesagt, dass die Verehrer der Halbgötter ihre Intelligenz verloren haben. Wie wir später in diesem Kapitel erfahren werden, wollte Frikasura Shiva zufrieden stellen, um eine materielle Segnung dritten Ranges zu erhalten, die vergänglich und ohne wirklichen Nutzen war. Nur die Asuras und die Menschen in der Erscheinungsweise der Unwissenheit sind bestrebt, von Halbgöttern solche Segnungen zu bekommen. Im Gegensatz zu diesem Opfer in der Erscheinungsweise der Unwissenheit ist der Arjana-Vidhi-Vorgang, der Verehrung Vishnus oder Krishnas, sehr einfach. Sri Krishna sagt in der Bhagavad-Gita, dass er von seinem Geweihten schon eine kleine Frucht, eine Blume oder etwas Wasser annimmt, was sich jeder, ob arm oder reich oder weiteres beschaffen kann. Natürlich sollten Menschen, die wohlhabend sind, dem Herrn nicht nur ein wenig Wasser, eine kleine Frucht oder ein Blatt opfern. Wenn ein reicher Mann ein Opfer darbringen will, dann sollte dieses Opfer seiner Stellung entsprechen. Doch wenn ein Gottgeweihter in großer Armut lebt, wird der Herr von ihm auch die bescheidenste Gabe annehmen. Die Verehrung Sri Vishnus, Krishnas, ist sehr einfach und kann von jedem auf dieser Welt durchgeführt werden. Die Verehrung in der Erscheinungsweise der Unwissenheit dagegen, wie sie von Frikasura durchgeführt wurde, ist nicht nur überaus schwierig und leidvoll, sondern sie ist auch eine sinnlose Zeitverschwendung. Aus diesem Grunde sagt die Bhagavad Gita, dass die Verehrer der Halbgötter jeglicher Intelligenz beraubt sind. Ihr Vorgang der Verehrung ist äußerst schwierig und die Ergebnisse, die sie dafür erhalten, sind unstet und vergänglich. Obgleich Frikasura sein Opfer sechs Tage lang fortsetzte, gelang es ihm nicht, Shiva persönlich zu Gesicht zu bekommen, was sein Ziel gewesen war. Er wollte aber Shiva unmittelbar vor sich sehen, um ihn um eine Segnung zu bitten. Hier sehen wir einen weiteren Unterschied zwischen den Dämonen und den Gottgeweihten. Ein Gottgeweihter hat volles Vertrauen darin, dass alles, was er der Bildgestalt mit Liebe und Hingabe darbringt, vom Herrn angenommen wird. Der Dämon dagegen möchte die von ihm verehrte Gottheit von Angesicht zu Angesicht sehen, damit er sich die gewünschte Segnung direkt geben lassen kann. Der Gottgeweihte verehrt Vishnu, Shri Krishna, nicht um einer Segnung willen und deshalb wird ein Gottgeweihter als Akama oder frei von allen Wünschen bezeichnet, der Nicht-Gottgeweihte hingegen als Sarvakama, voll von den verschiedensten Wünschen. Am siebten Tag schließlich beschloss der Dämon, sich den Kopf abzuschlagen und ihn zu opfern, um Shiva zufriedenzustellen. Er nahm also ein Bad im nahegelegenen See und ohne zuvor Körper und Haare abzutrocknen, schickte er sich an, sich zu enthaupten. Nach den verschiedenen Vorschriften muss ein Tier, das man als Opfer darbringen will, zuerst gebadet werden und es muss geopfert werden, während es noch nass ist. Als Shiva sah, wie sich der Dämon den Kopf abschlagen wollte, empfand er großes Mitleid. Mitleid ist ein Merkmal der Erscheinungsweise der Tugend. Shiva wird Trilinga genannt und deshalb war es ein Zeichen seiner Tugend, dass er mit dem Dämon Mitleid hatte. Shivas Mitleid wurde erregt, weil der Dämon sein eigenes Fleisch im Opferfeuer darbrachte. Solches Mitleid ist ganz natürlich und es ist in jedem Lebewesen zu finden. Selbst ein gewöhnlicher Mensch sieht es als seine Pflicht an, einen Menschen zu retten, der sich gerade das Leben nehmen will und er wird dies von sich aus tun, ohne dass man ihn erst darum zu bitten braucht. Als Daher Shiva schließlich aus dem Feuer erschien, um den Dämon am Selbstmord zu hindern, bedeutete dies nicht, dass der Dämon eine besondere Gunst erlangt hatte. Der Dämon wurde durch die Berührung Shiva's vor dem Selbstmord bewahrt. Seine Wunden heilten sogleich und sein Körper wurde wiederhergestellt, wie er zuvor gewesen war. Darauf sprach Shiva zu dem Dämon. Mein lieber Frikasora, du brauchst dir nicht den Kopf abzuschlagen. Du kannst mich bitten, worum du willst, und ich werde dir jeden Wunsch erfüllen. Es ist mir unverständlich, warum du dir den Kopf abschlagen wolltest, um mich zu erfreuen, denn ich bin schon zufrieden, wenn man mir nur ein wenig Wasser opfert. Tatsächlich ist es so, dass nach vedischem Brauch die Shiva-linga, die Form Shivas im Tempel, nur durch das Opfern von Ganges Wasser verehrt wird, denn es heißt, dass Shiva sehr erfreut ist, wenn Ganges Wasser auf sein Haupt gegossen wird. Deshalb opfern ihm seine Geweihten gewöhnlich Ganges Wasser und die Blätter des Bilwa-Baumes, die ganz besonders als Opfer für Shiva und die Göttin Durga gedacht sind. Auch die Früchte dieses Baumes werden Shiva erklärte Frikasura, dass er schon mit einer sehr einfachen Art der Verehrung zufrieden sei. Warum also wolle er sich den Kopf abschlagen und warum füge er sich so großen Schmerz zu, nur um seinen Körper in Stücke zu schneiden und diese im Feuer zu opfern? Es bestehe keine Notwendigkeit, sich solch schweren Bußen zu unterziehen. So kam es, dass sich Shiva aus Mitleid und Zuneigung bereit erklärte, dem Dämon Frikasura jede Segnung zu erteilen, die er sich wünschte. Als Shiva dem Dämon jede beliebige Segnung anbot, sprach dieser einen furchtbaren und niederträchtigen Wunsch aus. Der Dämon Frikasura war sehr sündhaft und Menschen, die ständig Sünden begehen, wissen nicht, welche Segnungen man von der verehrten Gottheit erbitten soll. Deshalb bat er Shiva, mit der Kraft gesegnet zu werden, den Kopf eines jeden einfach dadurch, dass er ihn mit seiner Hand berühre, in Stücke zerspringen zu lassen, um den Betreffenden dadurch zu töten. Die Dämonen werden in der Bhagavad Gita als Duschkritina oder Schurken bezeichnet. Kriti bedeutet sehr lobenswert. Doch wenn die Vorsilbe Dusch hinzugefügt wird, ergibt sich die Bedeutung abscheulich. Statt sich der höchsten Persönlichkeit zu ergeben, verehren die Duschkretinas Halbgötter, um abscheuliche materielle Segnungen zu erhalten. Manchmal erfinden solche Dämonen wie zum Beispiel die materiellen Wissenschaftler todbringende Waffen. Statt anerkennenswerte Fähigkeiten zu zeigen, indem sie etwas entdecken, was den Menschen vor dem Tod rettet, erfinden sie Waffen, die den Tod nur noch beschleunigen. Da Shiva so mächtig ist, dass er jede Segnung gewähren kann, hätte der Dämon ihn um etwas bitten können, was der gesamten Menschheit zum Wohl gereicht hätte, aber aus Selbstsucht wünschte er sich, dass jeder, dessen Kopf er mit der Hand berühre, auf der Stelle sterben werde. Shiva erkannte nun die Beweggründe des Dämons und bereute es, dass er versprochen hatte, ihm jeden Wunsch zu erfüllen. Er nahm sein Versprechen nicht zurück, aber im Herzen tat es ihm sehr leid, dass Afrika Sura eine Segnung geben musste, die für die Menschheit so bedrohlich war. Die Dämonen werden als Dusch Kretinas oder Schurken bezeichnet, weil sie die Intelligenz und die Fähigkeiten, die sie besitzen, dazu gebrauchen, abscheuliche Handlungen zu begehen. So erfinden zum Beispiel die materialistischen Dämonen manchmal neue, tödliche Waffen. Die wissenschaftliche Forschungsarbeit für solche Erfindungen erfordert unzweifelhaft viel Intelligenz, doch statt etwas zu erfinden, was dem Wohl der gesamten Menschheit dient, Schaffen sie etwas, was den Tod, der ohnehin bereits jedem Menschen gewiss ist, nur noch schneller herbeiführt. Genau dasselbe tat Frikasura. Statt Shiva, um etwas zu bitten, was für alle Menschen segensreich gewesen wäre, zog er eine Segnung vor, die der Menschheit sehr gefährlich werden konnte. Deshalb war Shiva sehr bekümmert. Die Geweihten der Persönlichkeit Gottes jedoch bitten Shri Vishnu oder Krishna niemals um eine Segnung und wenn sie ihn doch einmal um etwas bitten, ist es für die Menschheit in keiner Weise gefährlich. Darin zeigt sich der Unterschied zwischen den Dämonen und den Gott Geweihten bzw. den Verehrern Shivas und den Verehrern Vishnus. Als Sugadev Goswami die Geschichte von Frikasura erzählte, nannte er Maharaj Parikshit Bharata, womit er an König Parikschits Geburt in einer Familie von Gottgeweihten erinnerte. Maharaj Parikshit war einst von Krishna gerettet worden, als er sich noch im Schoß seiner Mutter befunden hatte. Ebenso hätte er nun Krishna bitten können, ihn vor dem Fluch des Brahmana zu retten. Doch er tat es nicht. Der Dämon dagegen wollte jeden durch die Berührung mit seiner Hand töten und dadurch unsterblich werden. Shiva wusste dies, doch weil er sein Versprechen gegeben hatte, erteilte er ihm die gewünschte Segnung. Der Dämon jedoch, verrucht wie er war, beschloss sogleich mit seiner neuen Kraft, Shiva zu töten, um Gauri, dies ist ein anderer Name für Parvati, die Gemahlin Shiva's, zu entführen und ihre Gemeinschaft zu genießen. Er wollte deshalb sofort seine Hand auf Shiva's Kopf legen. So geriet Shiva, bedroht durch seine eigene Segnung, die er einem Dämon erteilt hatte, ihn äußerste Bedrängnis. Dies ist ein weiteres Beispiel dafür, wie ein materialistischer Halbgottverehrer, die von seiner verehrten Gottheit erhaltene Macht missbraucht. Ohne lange zu überlegen, trat Frikasura auf Shiva zu, um ihn am Kopf zu berühren. Großer Schrecken durchfuhr Shiva und zitternd ergriff er sogleich die Flucht, von der Erde in den Himmel und dort von einem Planeten zum anderen, bis er schließlich hoch über den höchsten Planetensystemen die Grenzen des Universums erreichte. Obwohl Shiva von einem Ort zum anderen floh, konnte er den Dämon nicht abschütteln. Selbst die Halbgötter, die über die verschiedenen Planeten herrschen, wie Brahma, Indra und Chandra, sahen keine Möglichkeiten, um Shiva aus der drohenden Gefahr zu retten. Überall, wo Shiva hinkam, verharrten sie in Schweigen. Zuletzt wandte sich Shiva an Sri Vishnu, der in unserem Universum auf dem Planeten namens Shvetatvip weilt. Shvetatvip ist ein Vaikuntha Planet in unserem Universum, der sich jedoch jenseits des Einflussbereiches der äußeren Energie befindet. Sri Vishnu befindet sich in seinem alldurchdringenden Aspekt überall. Aber dort, wo er sich persönlich aufhält, ist Vaikuntha. In der Bhagavad Gita heißt es, dass der Herr im Herzen aller Lebewesen weilt. Er befindet sich also auch im Herzen der niederen Lebewesen, was jedoch nicht bedeutet, dass er ebenfalls von niederer Geburt ist. Jeder Ort, an dem er sich auffällt, wird in Vaikuntha verwandelt. Der Planet Shvetatvip in unserem Universum ist deshalb ebenfalls Vaikuntha Loka. Wie in den Shastras erklärt wird, befindet sich das Wohnen im Wald in der Erscheinungsweise der Tugend, das Wohnen in Großstädten, Städten und Dörfern in der Erscheinungsweise der Leidenschaft und das Wohnen in einer Umgebung, in der die vier sündhaften Tätigkeiten, nämlich unzulässige Sexualität, Berauschung, Fleischessen und die Veranstaltung von Glücksspielen vorherrschen in der Erscheinungsweise der Unwissenheit. Wer jedoch in einem Tempel Vishnus, des höchsten Herrn, wohnt, lebt in Vaikuntha. Es ist nicht wichtig, wo der Tempel steht. Der Tempel selbst, wo auch immer er sich befindet, ist Vaikuntha. Ebenso ist auch der Planet Svetatvip Vaikuntha, obwohl er sich in der materiellen Welt befindet. Shiva gelangte also schließlich nach Svetatvip Vaikuntha. Auf Svetatvip leben große Heilige, die vom Neid der materiellen Welt völlig frei sind und die über dem Bereich der vier Prinzipien des materiellen Lebens Religiösität, wirtschaftlicher Fortschritt, Sinnenbefriedigung und Befreiung stehen. Jeder, der einmal auf diesen Planeten gelangt, kehrt nie wieder in die materielle Welt zurück. Schrinereien ist dafür berühmt, dass er seine Geweihten sehr liebt. Sobald er deshalb erkannte, dass Shiva in großer Gefahr schwebte, nahm er die Gestalt eines Brahmachari an und ging Shiva persönlich entgegen, um ihn von Weitem zu begrüßen. Der Herr sah aus wie ein echter Brahmachari. Er trug einen Gurt um die Hüfte, eine heilige Schnur, eine Hirschhaut, einen Brahmachari-Stab und eine Raudra-Perlenkette. Raudra-Perlenketten sind nicht mit Tulsi-Ketten zu verwechseln, sie werden von den geweihten Shiva an, sondern auch den Dämon Frikasura. Schrinereien erwies Frikasura sogleich seine Ehrerbietungen, nur um dessen Aufmerksamkeit und Wohlwollen zu gewinnen. Auf diese Weise hielt er den Dämon auf und sagte zu ihm, mein lieber Sohn Shakunis, du siehst sehr müde aus, als habest du einen weiten Weg hinter dir. Was ist dein Anliegen? Warum bist du von so weit hierher gekommen? Ich sehe, dass du sehr erschöpft bist und deshalb bitte ich dich, ruhe dich doch ein wenig aus. Du solltest deinen Körper nicht unnötig überanstrengen. Jeder weiß, wie wertvoll der Körper ist, denn nur mit dem Körper kann man sich alle Wünsche des Geistes erfüllen. Wir sollten daher den Körper nicht unnötig plagen. Der Brahmachari sprach Frikasura als Sohn Shakunis an, um ihm so das Gefühl zu geben, er kenne seinen Vater Shakuni. Frikasura betrachtete ihn tatsächlich als einen Bekannten seiner Familie und die freundlichen Worte des Brahmachari sprachen ihn sehr an. Ehe der Dämon einwenden konnte, er habe keine Zeit sich auszuruhen, machte der Herr ihn auf die Wichtigkeit des Körpers aufmerksam, was den Dämon überzeugte. Jeder Mensch, besonders wenn er ein Dämon ist, sieht den Körper als etwas überaus Wichtiges an. Und so ließ sich Frikasura überzeugen. Um den Dämon weiter zu beschwichtigen, sagte der Brahmachari, mein lieber Herr, wenn du meinst, du dürftest mir den Grund verraten, weshalb du dir die Mühe gemacht hast, hierher zu kommen, dann sage es mir bitte. Vielleicht kann ich dir helfen, sodass dein Wunsch sehr leicht in Erfüllung geht. Indirekt gab ihm der Herr damit zu verstehen, dass er, als das höchste Brahman, ohne weiteres in der Lage war, das Unheil abzuwenden, das Shiva heraufbeschworen hatte. Der Dämon wurde durch die süßen Worte Nareins in der Gestalt des Brahmachari besänftigt und so vertraute er ihm schließlich alles an, was im Zusammenhang mit Shivas Segnung geschehen war. Der Herr sagte daraufhin, ich kann nicht glauben, dass Shiva dir wirklich eine solche Segnung gewährt hat. So viel ich weiß, befindet sich Shiva nicht in einer gesunden Geistes Verfassung. Er hatte Streit mit seinem Schwieger Vater, Daksha, der ihn verfluchte, ein Pishacha, ein Geist, zu werden. So ist er zum Oberhaupt der Geister und Kobolde geworden. Ich traue deshalb seinen Worten nicht. Doch wenn du, mein lieber König der Dämonen, den Worten Shivas immer noch glaubst, warum machst du dann nicht deine Probe, indem du dir die Hand auf den Kopf legst. Wenn sich herausstellt, dass die Segnung ein Betrug war, kannst du Shiva diesen Lügner auf der Stelle töten, sodass er es nicht noch einmal wagen kann, falsche Segnungen zu erteilen. Auf diese Weise wurde der Dämon durch Narrains betörende Worte und den Einfluss seiner höheren illusionierenden Energie verwirrt und vergaß tatsächlich die Macht Shiva's und seiner Segnung. Er ließ sich also dazu verleiten, die Hand an seinen Kopf zu führen und so wie der Dämon dies tat, zersprang sein Kopf wie vom Blitz getroffen und er war auf der Stelle tot. Als die Halbgötter des Himmels sahen, dass Frikassora tot war, überschütteten sie Schrienerein mit Blumen, Prisen voller Dankbarkeit seine Herrlichkeit und brachten ihm ihre Ehrerbietungen dar und auch die anderen Bewohner der himmlischen Planetensysteme, die Pitas, die Gandharvas und die Bewohner Janalokas ließen Blumen auf die Persönlichkeit Gottes herabregnen. So rettete Shri Vishnu in der Gestalt eines Brahmachari Shiva aus höchster Gefahr und wandte alles zum Guten. Schrienerein erklärte Shiva dann, dass Frikassora als Folge seiner sündhaften Handlungen getötet worden sei, insbesondere wegen seines frevelhaften Vergehens, als er versuchte, seine eigene Macht gegen Shiva zu wenden, der sein Meister war. Des Weiteren sagte Schrienerein zu Shiva, Lieber Herr, wer sich ein Vergehen gegen große Seelen zu Schulden kommen lässt, kann nicht weiter am Leben bleiben. Er wird durch seine eigenen Sünden vernichtet. Und dies war ganz offensichtlich bei diesem Dämon der Fall, der ein solch schweres Vergehen gegen dich begangen hat. Auf diese Weise wurde Shiva durch die Gnade der höchsten Persönlichkeit Gottes Narain, der transzendental zu allen materiellen Erscheinungsweisen ist, davor gerettet, von einem Dämon getötet zu werden. Jeder, der diese Geschichte mit Glauben und Hingabe hört, wird mit Sicherheit aus der Verstrickung des materiellen Daseins wie auch aus der Gewalt seiner Feinde befreit werden. Hiermit enden die Bhaktivedanta Erläuterungen zum 87. Kapitel des Krishna-Buches die Rettung Shivas Daseins 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 Daseins